Hallöchen, Popöchen. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko. Mit dabei habe ich den Flo. Und wir spielen heute wieder das wunderschöne Spiel Police Stories. Flo hat gerade schon die Ansage gemacht. Diese Runde? Direkt A. Direkt A. Einfach durchrasieren. Direkt durchrasieren. Einfach Bombs. Okay. Wo sind wir denn hier? In dem Lab. Was habe ich gesagt? Aber ist das hier ein Fenster? Ne, ich muss hier den Kopf drücken, damit es aufgeht. Okay, warte dann. Nein. Ich will erstmal wieder klarkommen. Ich habe keine Blindgranaten. Ja gut, dann kann ich nur tasern. Alles klar. Ich bin bereit. Okay, okay. Ich habe ihn mitgenommen. Immerhin. Immerhin. War direkt A. Hör mal. Ich mach auf. Oh, meine. Der hat gezappelt, Junge. Oh, den werde ich gerne noch sehen. Habe ich den hier gefesselt? Ja, den hast du gefesselt. Das wirst du mal diesem Help noch beobachten. Scheiße, wir müssen echt aufpassen. Wir brauchen so gute Munition hier. Aber egal, wer es bekommt. Ich habe das nicht gesehen. Hast du das gesehen? Ja, und tatsächlich, ich wollte gerade was sagen. Warum sagst du nix? Ich habe gedacht, du siehst du das. Warum sagst du das? Mann, ich habe das noch nicht gesehen. Ich bin extra nach oben gegangen, weil ich dachte, ne, der läuft jetzt nicht einfach durch. Ich habe es nicht gesehen. Shit happens. Koks! Also ich fände, dass das Ufen auf der gleichen Taste liegt. Ich habe daneben geschossen. Das war meine Schuld. Ich bin aber auch richtig schlecht mit dem Controller. Alles gut. Ich verzeihe dir das. Ich würde dir die Tastatur geben, aber es geht leider nicht im Multiplayer. Ja. Was wir sehen, war gezielt dran vorbei. Ich wollte ihm auch ganz sicher nicht in den Kopf ziehen. Achtung! Ja, ja, das... Okay, alles clear hier. Ist die Version dran? Ja. Ja. Kann ich jetzt durchgucken? Ja. Okay, okay. Und da steht einer. Das war so. Okay, okay. Kein Koks, keinen Wuppen. Nutten hat er alle verbraucht. Shit. Kann man uns eigentlich noch gut verstehen, Chat? Hört man den Flow auch gut? Ich bin ja... Eigentlich ist der viel... Ah, das spiel ich. Muss auf den achten. Der ist wichtig. Du musst mindestens in den orangenen Bereich kommen eigentlich, dann geht's. Aber ich kann auch so machen, noch ein bisschen. Ist manchmal so ein bisschen schwer. Ich hab ähm... Sehr gut. Da die Koks. Okay. Da solltest du weggehen. Warum? Weil da oben noch einer steht. Das ist von Half-Life. Kann den leider... Kann ich nur noch... Oh, doch. Ich wusste gar nicht, dass es so weit geht. Aber du kommst nicht rein. Haha. Ich komm gleich, Freunde. Dann mach ich euch fertig. Sehr schön. Okay. Mich nicht, ja? Hab ich verstanden. Flo versteht man klar und deutlich, sagt der Chat. Und? Ich hab leider keinen Täter mehr. Du kannst aber mit diesem Breach das auch machen. Aber macht auch keinen Sinn. Ich mach das nochmal. ProfiM. Kiel-Controller. Ja, ist gemuckst. So. Und die Tür? Achso. Ist da einer drin? Dann mach ich das Ding hier. Das war ja keiner, ne? Das war ja keiner, ne? Das ist das Labor von Half-Life. Auch vom Weg her. Sehr gut. Das ist riesig, ne? Bis jetzt machen wir es doch gut. Was für Polizeigewalt, ja? Was für Polizeigewalt, ja? Beide. Aber tatsächlich gibt es keine Minuspunkte, weil die wegrennen wohl. Und jetzt schieben wir die einfach in die Küche. Weil ich nicht ein Schwuch sagt. Das war... Machst du, guckst du? Ja, ich mach so, guckst du, bitte. Da ist einer rechts. Nix unerlaubt. Aber ich hab den noch einmal in den Arm geschossen. So, und der wollte sich nicht ergeben. Warum kriegen wir da Minuspunkte? Da fühle ich auch nicht gut. Soll ich warten, bis der die Waffe zieht mich abschießt, oder was? Ja, so ungefähr. Warte, ich muss noch ein bisschen rumtrampeln. Weil die wen geht ja nicht. Wegen Blutspuren, meinst du? Kann mir machen ein Herz. Ne, viel zu viel. Also, wir kommen nicht. Oder man muss vielleicht versuchen zu rennen. Okay. Andere Seite, okay. Sehr gut, Alter. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Bleib stehen. Boah, der hatte voll die Rüstung an. Da drin waren ja zwei. Die habe ich aber eigentlich... Ich mach die Tür so. Mach mal. Willst du mich flicken? Die Pissenelken. Weißt du? Den einen schaffe ich, und der andere schießt mir einfach. Ich habe gedacht, die sind echt noch auf den Knien. Ja, das habe ich nicht gedacht. Ne? Ne, das habe ich echt gedacht. Habe ich echt gedacht, dass die noch auf den Knien sind, die Pissenelken. Ich muss mal dasen. Die sehe ich. Haha. Die Fuste. Die Olte. Oh. Die habe ich weggedrückt. Die war im Weg. Ich konnte nicht schießen. Die Olte. Die Olte. Scheiße. Ich mach jetzt einfach mit den P. Komm, Sprengsatz. Oh, da kommen welche. Schau's. Warum rennen die nicht durch die Bombe? Pass auf, da steht einer. Ich weiß nicht wo, aber da ist einer. Das ist dumm, wenn du vorgehst, dass du nichts siehst, ne? Ja, das ist ein bisschen... Der hat sich auch smartes, aber... Ich glaube, wenn du das Koop online spielst, dann hast du diesen Sichtkegel, dass der so ein bisschen mitgeht. Wo ist der andere denn jetzt hin? Ich glaube, der ist unten reingegangen. Und dann, dass du das auch ein connarchiert bist. Häh. Häh! Headshot. Gleich ganz bei dir. Ah. Oh, nur mit dir. Ach. Tschö, 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 tschö. Ich hein jetzt in die Bombe rein. Haha, haha. ich muss mir echt angewöhnen bei dir zu bleiben in deiner nähe damit du was siehst da oben war auf jeden fall einer drin so in die richtung warte lasst mich die springen mit meinen springen satz hier mal ausprobieren muss aber auch da weg gehen hat sich ist ja geil bitte nicht das ist einfach zu und sind die alarmiert meinst du es war eben jetzt bin ich wieder schuld das hören die nicht ne ne hallo ich wollte das gesicht schlagen weil du daneben geschossen hast du kannst dafür doch der kinder lässt mich schlecht darstellen hätte er einspringen sollen aber da ist der samurai drin dann springen wir weg schließt den direkt in die fresse anfänger anfänger verbrecher ich bin schön dass das keine minuspunkte gibt die tür also willst du auch wirklich rein also ich würde da gehen wir müssen da war ein böser drin vogel na guck mal toll aber ich habe wieder zu viel kraft weisse man nennt mich ja intern auch immer den halt also wenn wir halt gewesen ist das locker habt den geteilt hat ja vor allem der zielt erst auf dich und ich fand sie mir vollkommen auszurasten ich dachte ich mache jetzt eben schnell was warum ist noch einer man kann sich gar nicht so schnell drehen so hallo vogel wir sind hier die polizei wie will ask the question mehr stinken wenn ich tue ja stimmt gar nicht warum hast du nicht geschossen ich konnte nicht konnte doch nicht sehen was einfach mitgelitten hast du gesehen ja in der drehung bitte aufhören bitte nicht hauen bitte bitte nicht ich muss hier raus oben links rechts oben links rechts oben was war das wieso wieso darf der das der typ kann ganz gut da steht noch einer flogen ecke durch klärt jetzt gemacht ich habe ihn getroffen ja aber ich würde dir auch verzeihen wenn du es gewesen wärst du flo wir waren beim ersten durchlauf um einiges besser ja das ist auch um einiges größer hier tatsächlich aber guck mal da konnte ich doch jetzt nicht schießen weil die zivilisten die ist doch einfach rein gerannt warum bleiben nicht einfach stehen und ergeben sich wo ist der sucht den der dich getötet hat und dann bringe ich ihn um das ist total doof mit diesem jahr aus als einem knopf ist das ist ja alles ein bisschen besser hinlegen und runter warum was für polizei gewalt dann rennen doch einfach nicht weg junge kein verhandeln mit dem der schießt so schnell wie jackie chackie chene sehr gut hände hoch die alte wollte auch direkt los rennen ja nicht mit mir ich gehe direkt auf die fresse jetzt ich gehe direkt auf die fresse jetzt ich gehe direkt auf die fresse jetzt den machen wir so gib ihm das sind so krasse polizisten alter ich glaube er nicht das ist gar kein vertrauen in uns wo er den spring ich weg ja ja jeder weg lass mich dann weg springen gib ihm das ist der polizisten sohn so müssen wir es doch eigentlich machen getroffen ich habe den kleinen lümmel gerettet du hast die tür aufgegangen ich habe geschossen ich habe ihn nicht getroffen ich hätte nur nach oben gehen müssen das ding hätte mich gerettet da kann ich drüber schießen das ist aber traurig wie hat er denn jetzt eigentlich noch getroffen immer da rein da bist du tot da rein ja das war H-Flap auch so echt kann man nicht verändern direkt für den Filter gemacht so dann ich bin jetzt angeschossen mein Kollege liegt da in der Blume das ist äh mein Lieblingsort da ist einer direkt hinter dem Zivilisten das wirst du nicht schaffen boah Macher Respekt Respektu Patronum Alter aber das geht nicht ja vermutlich der letzte weißt du ne da ist noch dieser riesige Raum ach da kommt noch ein ja stimmt dieser Waschraum hol mir die Fresse hab ich ich schreib doch auch mal was Alter sag doch mal was ich hab mich doch schon ergeben sagt er ist mir egal ne er hat keinen Bock er hat die Waffen gezwungen zu schießen boah boah Flo Alter hab ich jetzt einfach so wie die schießen in die Ecke oder so wir sind die geisel getroffen mal gewillt da war einer das ist ein witz aber ich hab ihn wo ist er denn hin wo ist er denn hin da oben merko du Pups ey noch frech hier Flo Mann die Folge läuft schon 18 Minuten er kriegst nicht hin er ist auch schwer ich weiß gar nicht wie ich das vier Stunden geschafft habe wie solltet ihr denn noch gib mir deine Seele da hinten ist einer reingerannt links ich hab mich getroffen links war noch einer ja warte ich hin zu seite Alter der Krone ich hier ein Gangster Boss mach einfach na ok er war aber auch close ich bin im Spy-Modus ich war ein Typ ehrlich ich bin ein Blay-Blick oh warte die Türke muss mal knacken ok verstehst du bestimmt keiner sehr gut Flo wunderschön ich hab's schon ich hab's schon ja er überlebt nur ein Schlag nur der mit dem Weste überlebt sein aber perfekt ha 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 hast du grad die Tür getäselt nein ich dachte genau an an kurs heno muss man zwischendurch darf man nicht lange fackeln weißt du also hätte ja jetzt jemand hinter sein können wo wir das noch vor und wir haben noch zeit und liebe ich habe nach links geguckt da war keiner habe ich nein dass du nicht muss so um die ecke nutzen noch mal ein scherling geguckt oder nicht das ist nicht allerdings das sagen sie alle diese chats gegen mich ich hab die wand gelasert genau lasst man follow jetzt da freunde einfach mal folgen kostet euch nix ist geil hilft mir dem flow auch ja ich mach dich reich irgendwann angestellte genau ich stelle den flog irgendwann ein ich bin sein dick nicht der ist ja genau richtig ich habe mich getroffen ich war so ich war so sicher und habe voll neben seinen kopf gezielt man bin ich schlecht ja ich habe auch der lesen also nie geteilt wird dann diese geteilt dann lesen hinlegen wollte nur dass die hier nicht weiter läuft ich hätte es einfach wieder mit meiner empfehlung das ist kann ich jetzt auch die lange wir machen jetzt ja in dem gelände ich habe ich stehe vor dem und halte ihm den taser so ins gesicht und der kühlschrank ist so ein scheier aber er kann um die ecke schießen oder was ja keine der hat uns beide gekillt jetzt aber er ist ein leben dafür gelassen schön ich bin mir freundchen das musste so zerbröselt sein kaputt war diese deine ecke so schlecht mit dem kontroller ich muss auch schon vor er hat einfach die geile so getötet für hauscht ihr auf deinen maul er hat sich mal gemerkt aber der hoffen kann hat nicht entschärfen denn immer gerufen und ich war auch noch nicht mal drin meiner meinung nach sehr komisch sind eigentlich weil es einfach noch ein gipsen rufen ja hier mit das level nicht geschafft wir müssen einfach taktisch hervorgehen boah jaman ist alle oder ein bisschen aufgegangen ich habe geteilt hat aber ich habe nicht getroffen er schießt einfach überall in ich habe nachgeladen hinlegen ohne und da jetzt komme ich kommt wenn die bus baut wir nämlich oder auch nicht war da noch okay da war einer aber da muss mit seiner bombe arbeiten ich hab das ist besser kein problem so du wirst gucken den box wieder zu sterben diesmal schaffen dass ich fühle es in meinen klöten in meinem klüter ich will die musik habe ich geregelt nicht mit mir ich denke ich muss das einfach auf eine spand spielen was machst du ich gehe gucken falls hier einer kommt den hatte ich ich rette dich wollte nicht mal warten wichtig geheilt habe oder was aber der wollte ja kusche ich bin hier schon darum man doch immer so gut und die klöten haben verraten aber warum rennt ihr jetzt weg ich bin nicht so doof dafür ich drücke das immer aber es geht nicht muss die mäßig 1 unglaublich ehrlich dann konnte man nicht mal sehen mal das gibt es nicht schneide das einfach aus was das gekriegt oder was was gibt es nicht jetzt mich verwirrt ich habe gesagt schneide das einfach aus so ist wer der letzte runde ich glaube wenn du auf die ziels und sagst get down dann setzen ich auch hin wenn du nicht auf die zielst dann sitze ich nicht hin aber jetzt ist nicht egal tut mir nix und die wollte sie jetzt nicht hin ich habe keine money mehr ich habe keine money mehr ich habe keine money mehr ich werde von dir kommen ich werde von dir gehen ich werde von dir die pausen hallo haben wir noch einer Junge, er hat aber auch was ist denn da los, chat, sag doch mal was hier, ey. Das ist deine Aufgabe. Ich muss doch erstmal den Knopf da... also ehrlich, ey. Geh hin und hau dir mal eine. Ich zieh den... der... ich hab's im Moring. Ich wollte ihm nur auf seine Glatze zielen. Und noch einer, ne? Du Flo, du hast mich getasert. Ja. Ich hätte sagen, wenn ich um die Ecke gehe, ne? Nein, das wäre es nicht. Aber ich dachte, du fesselt sich noch, gibt's die Waffe auf. Hab ich ja alles schon gemacht. Ich wollte im richtigen Winkel stehen. Wenn mir sowas nicht passiert. Ja, ich hab den noch voll getroffen. Ist mir egal, wer ist böse. Wenn wir jetzt den machen, dann geht's jetzt rund hier. Ja. Ja. Die Musik geht immer auf den Nerven, ist trotzdem irgendwie geil. Ja. True Story. Ja, das ist wirklich so. Du Flo, du bist tot. Ja, ich weiß es doch. Mann. Ja, danke. Nicht das erste Mal. Guck mal, also jetzt hab ich ihm Taser ins Gesicht gedrückt und er hat sich nicht ergeben. Vielleicht macht er so einfach, weil du weißt, nicht schwarz wird. Vielleicht weil dann halt hingehen, natürlich. Weil er vielleicht einfach drauf steht getasert zu werden. jetzt ist es ihm egal das habt ihr jetzt davon haben wir jetzt davon einfach der floh dritt durch das knallt alles ab da an dem stuhl links es ist ein witz also ich weiß nicht was man dagegen machen soll einfach beim ersten mal treffen ist unmöglich also der schießt ja legitim schon zum thema person wir müssen verarschen habe ich nicht auf den gezielt wir fahren kurz auf dem drauf kann das nicht entschärfen doch jetzt ich bin unschuldig sie hast auch so eine fette bumme dabei und keffler ok macht ihr einfach diesen schwenker jetzt ist der raum der ist immer der ist wirklich zu kotzen der arme man und wir haben zu listen geblendet das kann man gleich gebrauchen nach der runde hier ich kann ja null cover geben meinst du das wenn ich was auch der stelle wo die waren so auf mich fixiert dass sie gar keinen bock hat auf die zu schießen ich bin einfach alle weggeknallt und schalt sogar der steht noch ein bisschen weiter nach rechts also wenn das jetzt ein typ gewesen wäre schon krass gewesen ich kann rausfinden wo wir lang gelaufen sind wenn wir den hier machen gehen die trotzdem in die richtung weil jetzt kein scheiß bauen alle sind eigentlich gut hast du jetzt die tische mit der gelehrt habe ich nicht ich denke dass das anders wird da war einer da ist einer ich vergesst das immer wir müssen nur noch den hier kriegen ich schau mal hin jetzt gott sei dank wir haben es endlich geschafft krass wie lange wo sie waren wie lange 35 minuten ach manche ja damals die youtube folge aber auch schon wieder zu ende es tut mir leid ich könnte erinnern freunde da ich noch kommentieren abonnieren einfach die glocke aktivieren und dann verpasst ihr nichts mehr wir sehen uns im nächsten video mit dem knallkopf euch schaut euch und dann gut go 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 go